Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki, New Television, mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Saschi und das ist der Marc Hagenbeck. Ich bin der in Weiß und der ist der Schwarze. Jawohl. Wir haben heute wieder am 3. Februar ein Geburtstagskind, ein ganz berühmtes Jogi Löw. Kennen wir alle als Weltmeistertrainer 2014, der deutschen Nationalmannschaft gewesen. Damals war er früher auch ein Fußballer. Ich glaube, er hat in Stuttgart immer gespielt, aber jetzt nicht so wahnsinnig erfolgreich. Gut Bundesligaspieler war er gewesen, Stürmer meiner Meinung nach und ist im Schwarzwald in Schönau geboren am 3. Februar 1960. Ich musste übrigens letztens an Jogi denken, als ich im Urlaub war im Schwarzwald. Da bin ich in die Bäckerei rein und habe mir ein Brot kaufen wollen und da hat die Verkäuferin zu mir gesagt, das Brot ist von gestern. Da musste ich irgendwie an Jogi denken. Ja, genau, da rede ich ja so komisch. Am 3. Februar haben wir aber noch einen anderen Fakt. Ja, am 3. Februar 1972 in Sapporo eröffnete Kaiser Hiyorito die 11. Olympischen Winterspiele in Japan. Nee. Wo waren die denn, weißt du das? In Sapporo. Achso, in Sapporo. Ja, in Sapporo. Achso, schon die gehört von. Also Japan, Sapporo. Sapporo, Japan. Winterspiele in Sapporo. Ja, ja. Ja, klar. Ich meine, Japan ist natürlich, da liegt ja auch Schnee. An Kilimandscharo. Ja, ja. Ja, natürlich, glaube ich, aber das habe ich schon nie gehört. Sapporo. Komisch irgendwie. Aber wir haben jetzt noch einen Fakt des Tages. Ja, Fakt des Tages ist, vor drei, also manche sagen, ist noch gar nicht so weit, dass es überhaupt irgendwie stattfindet, aber, nee, andersrum, falsch. Es gibt viele Spekulationen, wie es entstanden ist, aber vor 3,8 Milliarden Jahren entstand das Leben auf der Erde. 3,8? Ich wollte erst darauf hinaus, dass die Intelligenz entstanden ist, aber das ist was anderes, ja. Das ist was anderes. Vor 3,8 Milliarden Jahren entstand Leben auf der Erde und viele, es gibt ja viele Hypothesen, wie das Ganze dann stattgefunden hat, ob es dann halt irgendwie Gott gegeben war. Big Bang-Theorie. Big Bang-Theorie, beziehungsweise heißt es aber auch auf der Erde, naja, Big Bang-Theorie ist ja das Universum grundsätzlich, aber wie es auf der Erde stattgefunden hat, dass es irgendwie immer irgendwas auf der Erde gab, sozusagen, wo Bakterien hin und her, bla bla bla, aber es gibt ja auch die Theorie, dass was von außen reingetragen worden ist, entweder über Götter, ist eine Theorie, dann gibt es über Asteroiden gibt es auch noch die Theorie, dass die halt irgendwelche Partikel reingebracht haben, die sich dann entwickelt haben, aber es gibt auch die Theorie, dass das Außerirdische waren. Götter, meine ich ja damit. Ne, meine ich nicht, aber egal. Wer an was glaubt, ist mir total Käse, egal. Auf jeden Fall vor 3,8 Milliarden Jahren entstand das Leben auf der Erde. Wir gratulieren recht herzlich von dieser Stelle. Ja, genau. Schön, dass es dich gibt. Fakt des Tages. Morgen sehen wir uns wieder am 4. Februar, bis dahin sag ich, cheerio Miss Sophie. Macht's gut. Wir sehen uns wieder am 4. Februar, bis dahin sag ich,